Nein, ich hab's zu spät gemacht. Äh, wird nicht stinken, wenn ich du wär. Ja. Danke für den Koppel. Ja, nehm ich mir halt nur einen Koppel, ist da nicht ein Problem. Nee, ist da halt wirklich nicht. Danke für die Axt. Mann, warte Auge. Hör auf. Was? Danke für den Schaufel. Nicht mit dem Kraft, Mann. Ich tipp ihn. Okay. Doch. Mann, ich demop dich gleich. Das hab ich gefühlt zum fünften Mal. Aber naja. Ah Leute, du hast das MiG 900B Leon. Ja, das wollte ich mir erst bestellen. Ich dachte halt, ich hab's die ganze Zeit. Aber dann hab ich doch nicht das. 900B. Ich glaub das... Nee, warte, was hab ich denn für eins? Ich glaub 800. Eine Generation jünger. Nein, aber nee. Schau mal. Guck mal. Boah. Nee, das Auna MiG CM 600. Das hab ich. Das ist gut. Dein Mikrofon ist gut, ja. Also Trash auf keinen Fall. Ich nutze ja viele YouTuber. Ich vergesse mal, dass ich hier das Weizen so ernten kann. Mit Rechtsklick. Ganz großen haben natürlich eben dieses Roadcaster. Aber das ist auch... Aber das ist auch... Aber das ist auch... Aber das ist auch... Oder das MT... NT1A. Ja genau das. Road MT1A. Was ist denn nütter Sick? Keine Ahnung ey, das hab ich schon so oft gehört seit 2014. Da war das sogar gehypt damals. Seit 2014 nach der Zeit. Ja. Ich hab das gestern gewählt. Hast du schon Sidos neues Album gesehen Sick? Welches neue Album? Album... Äh... Lieder. Lieder? Der hat endlich mal... Ja. Der hat endlich mal was Gutes gebracht. Ja. Okay. Diese letzten Tracks, die er alle gebracht hat, ich weiß nicht. Im Ordentlich so. Überhaupt nicht. Hm. Naja, wenn er jetzt mal wieder was krasses gedroppt hat, ne. Kann ich mir mal anhören. Genauso wie... Queens hier... Ah ne, das hat's mir schon gezeigt. Äh... Meins, keine Zeit. Hm. Oh ey, ich muss morgen kein Chars wieder schneiden. Ja. Stimmt. Ach, alles Bots. Ne, wer ist alles Bots? Hey, Max. Äh... Leon. Ja, ich. Ah, ne, dass du ein Bot bist, Max, das weiß ich. Michael. Und alle Spots, auch die großen YouTuber, ja. Ja. Das müssen Bots sein. Diese ganzen E-Mails von der Petition gegen Artikel 13. Oder 17, was das war. Ja. Das war 18 und dann war es 13. Ne, erst 13, dann 17. Ja, die haben das nochmal geändert. Die konnten sich nicht entscheiden. Kommt das jetzt hin oder kommt das nicht? Das wird stattfinden. Aber als nächstes Jahr... Das soll kommen, aber das ist noch Zeit, bis das umgesetzt wird halt in Deutschland. Ja, aber man hört kein Wort mehr auf YouTube davon. Ja. Versteh ich auch nicht. Irgendwie wird das wieder totgeschwiegen. Ja, also... YouTube ist ja von manchen immerhin das die Haupteinnahmequelle. Hm. Tanzverbot. Ähm. Ja. Dann war da irgendwie was mit ab einem Millionenwert alles gesperrt oder so. Oder ab 100.000. Ja, circa. Das kommt immer drauf an, wie gut die Connections von YouTube zu den Creatoren sind. Wenn jetzt ein kleinerer Creator Verträge, Lizenzverträge mit YouTube macht, weil er irgendwie die Reichweite hat, also von den Aufrufen her, aber nicht so viele Abonnenten oder sowas, dann ja, kann es halt auch anders sein. Ja, das ist ein bisschen Spaß. Hm. Das muss Spaß sein. Freu dich dann schon mal aufs neue Fernsehen. Ja, Tee. Ja. Hat ja auch jemanden auf YouTube. Das ist echt so, das ist das einzige was werbefreundlich ist auf YouTube. Also nicht RTL direkt, aber so ähnliches auf YouTube. Dann gucke ich mir so Hilfe an. Hilfe, mein Freund. Mastet mich. Mastet mich. Hm. Warte mal, wir gucken uns mal die letzten Titel an. Aja! Woher Mastet mich. Kam Abby. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 7 7 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 14 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 14 14 15 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 komm hetrid hetrifid nein doch hab ich nichts wissen ja, ich kann mein wissen ich kann mein wissen ach so scheiße hat er wahrscheinlich später an der schule und dann mal gefragt genau schön der gemeinwissen echt werke ich mir das ist einfach nicht hausaufgabe oh ne reicht schon wieder für heute genug internet hm ja mal krabbel 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 da max max ja um links wo denn oh iron prepare ja du bist so dumm du musst eingeschmissen nicht tippen die OP dich diesmal wirklich lass mich in die Tasten holen ja jetzt hab ich ja ich hab's iron ember hm tippen jetzt jetzt tu doch das eigen ember da rein hä das töte mich doch nicht hey das ist doch drin du bock akazien braucht mal wasser und den apfelsettling haben wir den das und dann n ja das und dann wachen es kommt wir wollen sie wachsen das geht auf den steil den ich nicht mehr sehen wenn wir so haben die Zollung und er hat die Tati alle verkauft es gibt glaub ich nicht Down Group ja gibts na easy man muss mal machen hab schon scheiße ich willst ja polen kannst mich nicht polen doch doch wie schon hab ich mir einen krassen gaming PC gepolt so ich guck jetzt hier von Spark mal das Video zum simple storage weil ich finde das einfach nicht raus wie das geht ja das willst du nicht machen dieses simple storage System und ich weiß nicht wie ich das anschließen guck da einfach allgemein gib allen Sky Factory 4 simple storage System ne ich weiß ja dass er es gezeigt hat und deswegen hab ich mich daran erinnert aber ich weiß halt nicht mehr genau wie es war anheißen nicht sie es geht eigentlich übel schnell aber irgendwie krieg ich es wieder mal nicht hin ah hier ist was ja genau da wird alles schrittwahrzeug gezeigt da braucht man eine Kiste also doch und dann die lilan ja du musst mit dem storage network die storage cables verbinden ja doch ich hab doch schon einen ich hab doch schon einen nein der ist hinter mir da apple sapling den ich erfolgreich gefüllt hab ja platziert wo warum dort äh irgendwo wo man mehr davon bekommt jetzt mehr davon wir brauchen mehr wir brauchen mehr jetzt brauchen wir denn davon auch einen das ich kann immer ein machen ich muss einfach einen abnehmen muss den Cracking-Tab reintun sammatschen da auf die Erde nehmen kann ich neu zu werden so die müssen wir es hinlos werden warte raus wir haben keinen Ingrid wir haben keinen Ingrid wir haben keinen Ingrid der ist mitgelaufen da hat man es raus noch mal rein da muss ein bisschen Lava rein nein es reicht ein ganzer Eimer drinnen das ist voll wenig das reicht dennoch wenig das ist was Tupac immer 9k Bucke zu haben ja ich will mich hauen ich will mich hauen ich will mich hauen ich will mich hauen ich bin hier man hier öffentlich zu tpn das ist tpn das ist tpn ich bin am leben das wird dagegen tun durch dich verrat nein hofft ich dirpli sollte Luca sei fresiv ich bin am lieb ja ich mach das ist nicht tpn der ist jetzt das wird mir leben tpn mach dir den Kopf ab nicht Spaß mach dir den Kopf kurz Boah! Hm, ey! Mann, Max! 3 Einsensäckling! Nee, wir haben's endlich mal geschafft! So, Max jetzt! Geh in die Arbeit, ich mach das hier! Mach was anderes! Los! 3 Fuß! 3 Fuß! 4,0-Jupfen im Hund! Ja, ja! Na, das kann ich. Da gewöhnt man sich dran. Ich weiß, welches Modpack bei Void 2 genutzt wird. Welches? Äh, Sky Factory 4. Oder was meinst du jetzt? Ja, bei Void 3. Ach, Void 3. Nein, Void 3 ist dann wahrscheinlich Void Pack. Ah, das wissen wir noch nicht. Oder halt Sky Factory 4,5 oder Sky Factory 5. Keine Ahnung. Also ist eigentlich noch offen. Äh, Void Pack war halt auch so im Gespräch. Ich glaub, das wird's am ehesten, weil die anderen beiden, die dauern halt noch ewig, bis die rauskommen. Ja, halt gucken, Alter. Was du so alles reinnimmst. Du musst jetzt... Ich glaub, die machen doch die Mods selber, oder nicht? Ähm, ja. Manche vielleicht. Nicht alle, aber die stimmen auf jeden Fall das gut aufeinander ab, alles. Und das dauert schon ein bisschen, bis sie wieder einen neuen Teil bringen. Moin, Haif. So. Kann ich. Ich zieh die Zuschauer. Hm. Warte mal, ich lese, ich kann's gerade, ich muss lesen. Stimmt, ich muss es jetzt wieder verbinden. Haifisch. Nikes. Haifisch Nikes. Ja, ja. Zum Scheißlied. Wenn ich den Titel lese. Das ist ein Name von einem Zuschauer. Sig, du verscheust ihn gerade. Das ist ein Song, so, von irgendeinem Rapper. Er ist mit meinem Namen überfordert. Ja, ein bisschen. Ne, mein Angeln ist gleich wieder kaputt. Musst dir vorstellen, die Schrift hier ist zu klein. Mein Bildschirm ist ein bisschen weiter entfernt, so. Ja. Ey, Signe, ich hab voll Angst, dass mein dritter Bildschirm mir wieder runterfällt. Das steht so nah an der Kante, ne? Der ist gar nicht richtig drauf auf dem Tisch. Oh. Ja, da kannst du nicht irgendwie verrücken. Ne, ja, ich bin dann überlegen, ob ich ihn festschraube. Ja. Ob ich ihn in dem Fuß ein Loch reinmache und das mit der Schraube festmache. Ey, Mann. Biss ich dich, du Bonner. Ich mach dich von meiner Couch runter. Ich kippe mal so die Schraube. Ah, ich war. Gut, der Gurt. Das ist die Stimme. Wann, Mann, ist sie Stimme? Ey, Sig? Ja. Ich kippe mal so die Schraube. Was? Guck, die Kippen hast du heute. Ja. Na, ich hab mir wieder mal 200 Kippen gestopft. Wie laut Norm abgegriffen? Na, Norm hat wieder die Hälfte abgegriffen. Das kann's nicht sein, ey. Ugo ist gleich. Da gibt's immer seinen Fischen. Echt so, ich steh mir so vor, wie er lässt er seine Fische quallen. Gibt's ja auch dieses Meme irgendwie mit dem Fisch da. Oder nee, das war... Ja. Hört ihr jetzt auf, Max? Battle Royale. Das hätte ich nie spielen können, weil es echt nicht so scheiße war. Okay, jetzt war auf, Max. Ist Highfisch, Mikey, ist noch da? Warte, auf, Max. Banner. Bruder, Banner. Du hast 0 HP, du hast 0,17 HP, ne? Okay, okay. Ach, Mann, jetzt war auf. Blau, du? Nee, dann nicht. Und ich spinn die Zuschaueranzeige bei mir. Ganz feiern gezahlt. Max fühlt sich immer noch berühmter Mainstream. Ja. Vorhin weiß der, er so, ja, ich bin übel aufgeregt. Ich so, warum? Bist, bist du aufgeregt, weil du hier mit dem Star, äh, weil du in dem Stream von dem Star drinne bist? Er so, ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, so, wegen deinem Stream. Ich fühl mich schon leicht wie so ein Star. Dein Star, Alter, wer, wer sagt bitte noch Star? Ruhe. Ah, jetzt. Perfekt. So, ich hab's jetzt hingekriegt, dass die ersten Items im Simplestorage-System sind. Puh. Iis. Werden die auch rausgezogen? Nee. Irgendwie hat das schon wieder passiert. Ja. Ich brauche hier noch mehr Kabel von den anderen. Was brauchen wir für ein Gold-System? Der hier. Ist grad dabei? Nein. Ähm, die braucht man. Haben wir eigentlich alles. Nur die. Und dafür brauchen wir Petri, Iron, Sand, so, easy. Petri, 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 Petri. Gas, Sand, Eisen. Ah. Und blaue Farbe. Also kommen wir wieder. Ach, da brauchen wir ja einen Lapis-Taple. Hm. Hm. Das ist doch kein Problem. Warte, auf mich zu schlagen, jetzt, dass ich produktiv werde. Bin ich produktiv, längst du mich wieder ab? Das ist wieder. Ich brauche eine Wolle. Oh ja. Ich brauche eine Kotzenwurst. So. Und eine Wasserflasche. Haben wir Glas. Ja, haben wir Klee und Bohnen. Schwarzeiche. Wie machen wir Schwarzeiche? Wolle. Easy. Wolle, cooles Happling, Max. Ja, nur noch den einen, glaube ich, ne. Der, die haben wir jetzt nicht mehr. Ja, wo hin. Spitzhalt komplett rein. Wolle. 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 in meinem Trotz Koffer gesungen das stimmt ohne die Liedstunde ein Lied nebenbei das Meister steht da geht man muss was macht dann brauchen Ja, wie hast du denn da einen... Ja, Sand oben. Haben wir ja rohen Sand, einfach nur Sand. Geil. Ruhn. Gott. Ja, perfekt reicht schon. Ah, jetzt verstehe ich das, okay. Weil ich sie so gesandt und im Ofen sind Sandakorn gebraten. Kriegen Essen. Ja, okay, ich muss nur die Snack. Mach das. Ja, aber die machen da keinen Unterschied, wenn's die Prez... Ach so, ich hab die Rohren gegessen. In einer halben Nummer Keule. Nein, auch. Nein, doch nicht. Das ist eine Rauberpause mit Norm. Und ist deine Raucherpause mit Norm? Ja, die ist gleich. Ich halte sie ja keine 15 Minuten aus, ohne eine zu feinen. Ich bin's, mini-sick. Kannst du ja nicht den leckerten Mini-Halt werfen. Wie bist du nun auf dieses Ruck gekommen, ey? Ich versteh's nicht. 2012 oder so hat sich das etabliert. Also Street-Kennier-Kennier-Landhaus, gell? Nee, das war 2016. Und jetzt im Chor. Street hat's halt auch gemacht, ne? Also unabhängig von mir. Weißt du, es ist halt auch so in... Damals habt ihr ja Skype genutzt, ne? Ja, genau. Seid ihr so im Skype-Street so... Und du so, ja, wir sind gleich direkt beste Freunde. Hast schon diese Herzchen vor Augen gehabt. Na klar. Bist jetzt mein neuer bester Freund. Na, was auch so ist. Beat hat man aber auch nichts mehr so. Na, da musst du mal Twitter holen, ey. Der ist nur noch da. Kein Twitter mehr, Alter. Wo ich einfach so gebannt wurde. Oder gesperrt. Ja. Muss mal wieder vorbeischauen und gucken, ob's überhoben wurde. Na, oder einen neuen Account machen. Nee. Wird das schon gerne über meine Haupt-E-Mail lassen. Ach so. Na ja, da kannst... Vielleicht kannst du die ja wiederverwenden. Der Account ist ja noch da. Aber ich kann nicht... Ich post nichts. War nichts. Hm. Ach, deswegen bist du in Thunder Games nicht mit dabei. Ach, ja, Hunger Games. Ach, ich... Ach, Clay und Sand, ich brauche. Soll ich das nicht heute starten? Äh, ja, das ist schon. Oh, mit 5 Jänner, Alter, wo ich das hier lesen habe, wieder... Da ging's ab, ey. Da hast du dich gefreut. Die ist von zu Hause wieder abgehauen. Ja. Ah, die... Ah, die hat die wieder Internet. Oh, nee. Hast ja gemerkt, die Nacht hat ja irgendwie geschickt. Was ist ein Zufall, dass ihr direkt wieder... Na genau, direkt jetzt... Naja. Muss rauswohlen. Ist ja kein Problem. Muss ich wieder meine ganze Klasse und meine ganzen Freunde zuspälen. Oh. Ja, wo du die Nummer? Baby so richtig konzentriert. Hehehe. Jetzt den Schlüpfer, bevor du es durchgespielt hast. So, mal sehen, wie das jetzt funktioniert hier, ey. Oh, geil, die meisten Alten sind jetzt hier drin. Oh, fuck. Ich bin... Ich bin... Ja, du bist dumm, ne? Das. Das. Und dann wieder. Okay, ich bin so schön. Da distracted mich. Minuten schmeiften. Und dann einfach nur die D holders compromise. Der Eifelschnallkies ist wieder weg, der hat sich aus meiner Leitung kapisst. Perfekt. Meine Drohung ernst genommen. Oh. Ich wollte gerade Pfeil machen. Wenn ich den letzten Hack zu geben, dann noch einen Hack. Und noch einen Hack. Und noch einen Hack. Jawohl, ich hab den Kopf. Mann. Du springst mir in den Boot, Alter. Warum? Ich versteh's nicht. Ich versteh den nicht gut. Bin ich dort. Nein, ver- Nein. Ich bin noch am Leben, ne? Ich bin noch am Leben, ne? Ich bin nicht unter, Eifel. Ich bin noch am Leben. Ich bin noch am Leben. So. So ein Fuuu. Richtiger Go Junge. Die Konter, Digga. Ja. Aber bist du in eine Game-Mode gegangen? Na klar. Bist du gay? Hey, nicht kaputt auspringen. Ja, Mann. Ja, was ist so viel in Reign? Ich glaube schon mal bei... äh... bestimmt mal bei Brahala.